Hallo Leute, zu meinem heutigen Video. Heute wird es um das Thema, warum Ubuntu gehen. Ich werde mal versuchen, frei rauszusprechen. Ich entschuldige mich jetzt schon für eventuelle Sprachpatzer, aber ich wollte jetzt da auch nicht groß Energie reinstecken, weil dieses Thema schon mich langweilt, weil ich werde schon von sehr, sehr vielen Leuten angeschrieben, nicht jetzt auf meinem Dr. Ubuntu-Kanal, sondern ich habe noch einen GEMA-Kanal, da sind 23 Leute Abonnenten, ich schaue nicht so viel, aber auf meinem Mr. Torbiton-Kanal, da bin ich glaube ich schon über 600, bei über 600 Abonnenten und werde immer wieder gefragt, warum denn unbedingt Ubuntu, du hast doch einen Apple-Computer, du hast ja auch einen leistungsstärken Windows-Rechner. Warum Ubuntu oder warum Linux, könnte man jetzt genauso hinschreiben. Ja, ich meine, ihr wisst ja, was so in der letzten Zeit in die Öffentlichkeit gekommen ist. Viele hatten es eigentlich immer vermutet, dass hier eben von irgendwelchen Firmen, Konzernen oder Staaten Daten über uns gesammelt wird und jetzt haben wir es eigentlich schwarz auf weiß. Viele fühlen sich dadurch bestätigt. Was mich ein bisschen stört ist, dass keiner wirklich konsequent genug ist, zu sagen, ich will das nicht mehr. Ist es mit Linux anders? Mit Linux ist es natürlich in dem Moment nicht anders, in dem ihr auch online seid. Also es werden ja Daten gesammelt eben auf Facebook, auf Twitter, auf YouTube, alles mögliche. Es ist ja auch wirklich bewiesen worden, dass alles über uns gesammelt wird. Viele sagen, ich habe nichts zu verheimlichen. Das mag ja auch richtig sein, ist ja okay. Ich meine, ich bin jetzt auch einer, der im sozialen Netzwerk vernetzt ist und eigentlich behaupte ich auch immer, ich habe nichts zu verheimlichen. Jeder von uns wird älter. Die jungen Leute, die wissen nicht, was später auf sie zukommt. Vielleicht werdet ihr irgendwann mal Asthmatiker, Allergiker oder ihr bekommt irgendwas anderes oder ihr werdet irgendwo straffällig. Also da muss man ja nicht gezielt zum Beispiel eben einen Einbruch planen oder so. Aber es kann ja sein, dass man sich selbst schützen möchte und jemanden dadurch verletzt. Selbst deswegen kriegt man in Deutschland eine Akte. Das würde heißen, alles über euch wird gesammelt und ich finde das eigentlich, also in meinem Sinne ist das ziemlich kritisch zu sehen. Sehr kritisch sogar. Da geht es um unsere Privatsphäre und die Privatsphäre, die sollte uns bleiben. Und wenn ich für eine Software Geld bezahle, wie jetzt für Microsoft Windows oder auch das Apple-Botip-System, dann verlange ich schon gewisse Seriorität, dass eben auch meine Daten dementsprechend sensibel, ja mit meinen Daten sensibel umgegangen wird und nicht, dass diese Software noch irgendwo ein Hintertürchen für den Staat offen hält. Microsoft hat es offen zugeben müssen. Apple ist noch bedeckt, sagt sowas oder haben sie nicht unterstützt. Was ich eigentlich bezweifle, meine persönliche Meinung, ich bezweifle, dass Apple da ähnlich ist wie Microsoft, dass die genauso ihre Daten weitergegeben haben. Und zusätzlich kommt noch dazu, dass Plattformen wie Facebook und ich denke auch Google Plus die Daten sammeln. Ich sehe das sehr, sehr, sehr kritisch. Wie habe ich ja vorhin auch gesagt. Und wer da jetzt nicht so wie der Tailrack Runner, der hat ja auch einen Ubuntu-Kanal, übrigens wurde ja auch von ihm inspiriert für die Linux-Welt. Kann ich auch offen und ehrlich zugeben. Der hat jetzt seinen Kanal eingestellt, also er macht auf jeden Fall eine Kanalpause, weil er das irgendwie, ihm geht das auf den Magen. Er will das nicht. Und ich verstehe das auch. Ich habe auch lange überlegt, also das war auch in meiner Sommerpause mein Gedanke. Soll ich überhaupt noch weitermachen mit meinem Mr.Tourmiton-Kanal? Da habe ich eigentlich auch schon keine Videos mehr hochgeladen. Einziges Videos, wo ich noch mache, ist unter der GEMA-SAP2. Könnt ihr mal gerne vorbeischauen. Da mache ich hin und wieder mal GEMA-Videos. Und zwar denke ich mir, da gibt es nichts zu verheimlichen, da gibt es nichts Großes. Und wenn die wissen, dass ich halt Call of Duty zocke oder wenn die wissen, dass ich halt auf und zu mal mit meiner Xbox spiele, das ist für mich überhaupt nicht kritisch. Ja, das ist so ein bisschen so ein gespaltene, sag ich mal, Moral immer. Wir sagen, ja, wir haben es gewusst, die wissen alles über uns und machen trotzdem weiter. Ich glaube, in den 70er waren die Menschen ein wenig anders drauf. Die haben dann wirklich auch Einschränkungen getroffen. Die haben dann auf ihr Betriebssystem verzichtet. Die hätten wahrscheinlich auf ihr Betriebssystem verzichtet, wenn sie damals eins hätten, sagen wir mal so. Und wir machen einfach weiter und wir kaufen Rechner mit Windows 8. Und ich kenne jetzt wirklich sehr, sehr wenige, die Windows 8 toll finden, aber sie kaufen trotzdem Rechner, wo Windows 8 drauf installiert ist. Mittlerweile ist es ja auch für Laien nicht mehr so einfach, Linux mal drauf zu machen, weil Microsoft ist ja auch ein bisschen entgegenwirken möchte. Und Apple-Geräte sind schön und toll, kosten aber wirklich sehr, sehr viel Geld. Hat auch nicht jeder, muss man auch so sehen. Ja, ich weiß nicht, ob diese Entwicklung so gesund ist, so toll ist. Vielleicht sollte man wirklich drüber nachdenken, ob man nicht irgendwo vielleicht auch auf die Betriebssysteme verzichtet. Nur um denen auch mal zu zeigen, so mit mir nicht. Also so mache ich das nicht mit. Und das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Beweggrund, auch Alternativen zu suchen. Das heißt nicht, dass ich kein Windows benutze oder meine Apple-Computer, für die ich so viel Geld gezahlt habe. Da mache ich weiterhin meinen Videoschnitt, da mache ich weiterhin auch meine Bildbearbeitung. Aber es ist wirklich für mich jetzt die Frage, wie weit wollen wir denn da mitmachen? Wie weit will ich da mitmachen? Ich habe ja auch Apple oder Microsoft mit Kauf der Systeme und ihren Systemprogrammen habe ich ja unterstützt. Und fühle mich jetzt irgendwo im Hintergrund Hintergang, ja, von diesen Firmen. Auch jetzt der Hype um die iPhones. Ich finde die Geräte weiterhin sehr, sehr schön. Aber ich kann jetzt auch nicht mit gutem Gewissen sagen, ich werde mir jetzt unbedingt ein iPhone kaufen, sondern ich habe momentan ein S3 von Samsung. Was mir weniger gefällt, also mir gefällt das Samsung vom Betriebssystem her nicht so gut wie ein iPhone. Ich gebe es offen zu. Aber muss ich jetzt unbedingt ein iPhone wirklich haben? Kann ich mit dem Samsung nicht klarkommen? Diese Gedankenzüge werden bei mir geweckt durch dieses Verhalten, dass ich dann vielleicht auch mal auf einen Nuxus verzichte und sage, okay, gut. Erstens spare ich damit Geld, ganz klar. Auch mit meinem Betriebssystem, auch mit meinem, also einen Rechner kann man heute für unter 500, 600 Euro sich schon selber zusammenbauen, der einigermaßen leistungsstark ist und haut dort eben sein Betriebssystem Linux, irgendeine Distribution von dem, muss ja nicht Ubuntu sein und kauft sich vielleicht noch zusätzlich eine gebrauchte oder neue Konsole und hat eigentlich auch einen gewissen Luxus, was die Elektronik angeht und spielt auch seine Spiele und hat einen gewissen Schutz. Facebook ist bei mir so, dass ich immer noch auf Facebook mit vertreten bin, mit meinem Mr. Tomi Tonkanal, da gibt es eine Fanseite und mit meinem persönlichen Namen natürlich auch. Bei mir hat es mehr oder weniger den Grund, dass ich ja eben Verwandtschaft im Ausland habe und die alle Facebook benutzen und so hat man auch Kontakt zur Familie. Aber auch da ist immer wieder der Gedanke, Facebook mal nicht zu nutzen oder wirklich bei Facebook den Account zu löschten oder flachzulegen, sodass eben einfach Facebook ausselektieren. Andere Parfum suchen, ich war ja auch schon auf dem Weg, dass ich Google Plus genutzt habe, aber die sind ja genauso, also es wird hin und es wird wahrscheinlicherweise immer so sein, dass Daten gesammelt werden und ich glaube, wenn man da weckt, dann muss man wirklich komplett verzichten und da besteht natürlich auch das Risiko, dass man da nicht mitsprechen kann oder auch nicht vertreten ist und das vielleicht auch irgendwelche nachteilige Ausführungen haben könnte. Aber wir sind damals in den 70er, 80er, 90er ohne das alles gut klargekommen und hatten auch eine sehr, sehr schöne Jugend und ob das alles ist, ich weiß es nicht. Das sollte jeder für sich trotzdem entscheiden. Das ist jetzt einfach mal mein Feedback dazu gewesen zu diesen Themen. Warum Ubuntu? Ja, Ubuntu sollte man, man sollte eigentlich fragen, warum nicht? Warum nicht? Also wenn man wirklich nicht solche Software hat, die unbedingt nur unter Windows läuft oder Hardware einsetzt, die unter Windows oder Apple läuft, dann sollte man sich fragen, warum nicht? Denn Ubuntu oder Linux kann alles, was die anderen Betriebssysteme auch können. Ich versuche jetzt hier auch nicht, wie ein Linux-Fanboy rüberzukommen, wie noch kein Apple-Fanboy. Ich weiß, dass jedes Betriebssystem Vor- und Nachteile hat, aber manchmal wechseln wir Menschen auch nicht wegen Gewohnheit oder wegen, weil wir einfach zu träg oder zu gemütlich sind. Tut es euch an, egal in was ihr im Alter seid. Es kann euch nicht schaden und ich hoffe, ihr werdet weiterhin die Videos auf meinem Kanal schauen und unterstützt mich bei meinen Linux-Ubuntu-Videos. Es werden auch andere Linux-Videos kommen, auch zu anderen Distributionen und ich hoffe auch, dass der RecWarner wieder loslegt. Wenn nicht, dann akzeptiere ich auch seine Entscheidung. Und ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt bei euch. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.